Leute, ähm, ja, im Hintergrund seht ihr erstmal eine kleine Survival Games Folge, die geht nicht lange und, äh, wenn die halt läuft, zeig ich euch, was heißt, zeig ich euch, ne, sag ich euch im Hintergrund, eine, was heißt, traurig, ist auch traurig, ist es ja nicht, ähm, ja, es soll ein kleines Info-Video sein, und zwar seid ihr heute eigentlich eine Survival Games Folge mit dem DuckLubinix kommen, ähm, äh, ja, genau, der Link zu ihm steht in der Beschreibung, aber leider ist die nicht gekommen, äh, das liegt einfach daran, dass ich beim Schneiden so ein bisschen gefehlt habe, ich habe bei meiner Tonaufnahme, also bei Auticity, äh, habe ich den Mittelteil nicht rausgeschnitten, ich habe vorne gut geschnitten, ich habe hinten gut geschnitten, äh, nur den Mittelteil leider nicht, und das kann man jetzt nicht mehr reparieren, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, oder man kann es schon, aber ich bin auch sehr viel zu dumm, nein, okay, ich weiß halt nicht, wie es geht, und deshalb ein kurzes Info-Video ist, wie wir hatten, Folgen noch mit dem DuckLubinix kommen, auf diesem Kanal, wenn ich denn dann mal nicht feile, und, ja, was gibt es sonst noch zu sagen, ich habe noch, ich habe nicht mehr lange, ähm, ja, beim DuckLubinix, wie gesagt, Links unten in der Beschreibung, wird die Folge zu sehen sein, auch mit meiner Stimme, hat mit der Aufnahme an sich alles geklappt, aber leider kann ich das auch nicht mal rückgängig machen, weil ich die Originalaufnahmen gelöscht habe, und mir ist es auch erst aufgefallen, dass ich mir die, äh, Aufnahme noch mal bis zum Ende angeguckt habe, ähm, weil ich einen Titel finden wollte, da war das Video schon bei 86%, ähm, was ich hochgeladen hatte, und, ja, ich kann da leider zwar was für, aber ich kann es nicht mehr rückgängig machen, den Fehler, und, der DuckLubinix, der wollte gerne das Video trotzdem hochladen, und, okay, ich sage, tschö, bis zum nächsten Mal, wenn denn dann eine Survival-Gate-Folge kommt. Tschö! 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 Untertitelung des ZDF, 2020